Heute stellen wir euch die Bürgerstube in Röttingen vor. Ein tolles Projekt, in dem Nicole und Andreas mit regionaler, heimischer und saisonaler Küche die Gemeinde Röttingen, ihre Bürger und das Umland begeistert haben und entlang des Taubertal-Radwegs eine wirkliche Bereicherung sind. Aber was rede ich viel? Ihr kommt am besten mit und wir schauen uns das von innen an. Wir lassen uns von Andreas, glaube ich, einfach überraschen. Das war bis jetzt immer lecker, was er gemacht hat. Super, was der Küchenchef empfiehlt. Da stehen Sie mich an. Dankeschön. Bitteschön. Wohlsein. Da haben wir hier einmal die Offsenweckleck mit Spitzkohl und Sommerknöbeln. Da haben wir hier das Pantafilin, Kürbis-Rissotto, bitteschön. Und hier haben wir zweierlei Wittschwein, außer gebraten Rücken und Wittschwein-Rakon mit Süßkartoffeln-Musselin, gebratenflein-Pürze und Preisebremse. Das ist toll. Das macht richtig Freude. Das Wildschwein ist von hier? Ja, also ich weiß nicht, ob es hier aufgewachsen ist, aber es ist hier geschossen worden. Ja, die sind wild, die laufen frei rum. Von den Jägern aus Rödingen. Ja, super. Und die Kartoffeln sind auch von hier, gell? Kartoffeln haben wir hier vom Bierhof in Rödingen. Da haben wir auch Kürbis oder für die Knödelbrot vom Bäcker. Ja. Toll. Das heißt, das Thema regional und saisonal lebt ihr. Man sieht es auf dem Teller. Ja. Ich freue mich jetzt richtig darauf. Wenn es jetzt noch so gut schmeckt, wie es aussieht, oder? Davon gehen wir aus. Bis jetzt haben wir hier noch nicht schlecht gegessen. Ja, sehr gut. Dankeschön. Dankeschön. Ja, wir sind satt und zufrieden. Also, muss man ganz ehrlich sagen, war bei euch wie immer wahnsinnig lecker. Vielen, vielen Dank für die Bewirtung. Schön, dass du da warst. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Super. Also, dann. Ja, vielen Dank. Gute Zeit. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.